Aber lass noch diesen 5 Leveln mal Pause machen. Aber nach diesen 5 Leveln haben wir nur noch 2 oder so. Ja. Wir haben ja gar kein Fliegeding. Stimmt. Dann können wir die letzten beiden auch noch eben machen. Ja, stimmt. Äh. Ah. Nein. Wir müssen uns... Wir müssen uns mal einig sein, wer auf diese Säulen schießt. Schieß ich. Ja, okay, warte. Äh, ja. Ich mag das Geräusch. Das war einfach. Äh. Schalter. Warte, ich geh da mal... Schieß mal hin auf die Kanone. Wow, Kanone. Oh, das sind doch ein paar mehr Kanonen noch. Oh, die können das... Hm. Ich bin tot. Ach so. Oh. Jetzt sollten wir von ganz weit hinten da drauf schießen, oder? Ja. Oder spawnen die nach. Nee, ne? Nee. Oh. Sind die jetzt schon da? Nee. Jetzt. Das müsste erster... Die ist schon mal kaputt. Ich meine, ich glaube, die kam erst mal weiter nach hinten gegangen sind. Jetzt kann ich mich wieder nicht drehen. So, die ist kaputt. Ja, wir haben noch eine dritte. Ja. Ja. Okay, wir müssen da beide drauf. Warte mal. Spawnt jetzt? Jetzt? Ja, jetzt. Nein! Nein! Hast du da drauf geschossen, oder war die das? Nee, das war die. Verdammt. Du darfst nicht auf den Feldern stehen. So. Okay. So klappt das doch. So, Nummer 1. So, hier schon aktivieren. Dann müssen wir überall gleichzeitig draufstellen. Achso. Okay. Ich treffe sie nicht. Echt mal. Nein! Ist erst wieder das Ding getroffen. Du darfst sie nicht mal auf die Flächen draufstellen. Okay, ich lasse dich schießen. Ja. Oder die Kanonen. So. Krass, da muss ich. Ja, wie denn muss ich immer an so ein Eis mit einer Kirsche denken, wenn ich meine Figur angucke? Ja. Na eben bin ich hier hinten draufgegangen, als die abgeknallt haben. Okay, das war die eine. Ich war hinten hin, dann sollte die andere spawnen. Nicht? Naja. Jetzt. Ich kann da nicht hinschießen. Das war jetzt. Okay. Jetzt wird noch die dritte. Die ist, glaube ich, gespawnt, als ich hier hingegangen bin. Spawnt da vorne irgendwo. Nein, 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 nein. Ist sie tot? Ist sie tot? Ja. Okay. Warte. Ach, nö, da ist noch eine. Nein. Ich muss sie ablenken. Ich kann sie nicht treffen. Wieso kann ich da nicht? Kann ich aber auch nicht, glaube ich. Doch, jetzt triffst du. Ja, jetzt. Dann kommt da eventuell noch eine, oder? Okay, können wir. Warte. Kannst du so? Ja. Ja. Das war auch überhaupt nicht schwer. Nö. Die Schweren sind voll einfach. Guck mal, jetzt haben wir 90%. Jetzt fehlen uns noch zwei. Ich habe mich auch mal einen anderen Hut. Das ist eine Wolle Kacke. Schweren sind voll. Und holykack. Schweren sind voll.